Take a night vision eye pill Or some flashlights For this map penthouse is better night vision Wenn er nicht will, dann will er nicht Ja hallo und somit herzlich willkommen zurück bei ready or not Wieder mit der gleichen map Penthouse Wie beim letzten mal Diesmal mit night vision und flashlights Daher sollte man jetzt eigentlich mehr sehen können Okay No trap looks clear Okay Okay Hands up above your head Attention left and right Get down and show me your hands Police Hands in the air Hands up now Drop your knees Someone close this door I cover the back Yeah In this door someone is inside here Hands up Hands up above your head Get down I wanna see hands Police hands up Hands up Hands up Affirmative entry team Affirmative entry team Hands up Hands up Drop your weapon Talk to entry team Copy that entry team Copy that entry team Copy that entry team Notifying morgue Notifying morgue Police get down Wo ist der andere Typ hin Hands up Too suspect Drop your knees Hands up Flashlight Eee Egal Flash mein ich We are coming out Are we coming out here? We are coming out here Jager Tens Move on They are coming out here F**k Hahahaha Hhahahha EEEE No shit PEN I kill you too? The suspect is just pants up above your head Hot nose Hot nose Oh no sorry Was that worth you? Ach, wir können die Lobby restarten, wenn wir wollen, oder gehen wir in der Lobby, weil ich nicht die Night Vision wähle habe, das war die richtige Wahl. Also gehen wir in der Lobby. Okay. Ich muss noch einen wählen. Entschuldigung. We can also choose another map. So it's perfect. We have all night visions. There was a fucking trap on that door. So we start again this map. Yeah, that's fine. Offene Türen und Fallen, daran denkt man einfach nicht. Offene Türen und Fallen. Oh. Okay. Jetzt sehen wir plötzlich zuviert. War auch gut. Cupcake. Cupcake again. One suspect. No. Right corner. No. Hands up. Hands where I can see them. Go, go, go. That's cool. Get down on your knees. Hands up. Hands up. Hands up. Na, really? Manchmal ist das Grenadewerfen echt scheiße in dem Spiel hier. So, jetzt. Oh, das auch nicht! Alter! Der Typ hat uns fertig gemacht. Das ist Talk. Roger. Trailer ist inbound. Das ist die Polizei! Hands up! Schon jemand tut? Nee, Cupcake geht auf sich alleine. Geht runter und zieht mir deine Hand! Hands up! Hands up! Das ist die Polizei! Hands up! Jetzt! Ja, secure. Secure. Ich glaube, hier geht es ja wieder nicht weiter, oder? So. Nein. Alpha Wand. Or Wall. Egal. Denglish. Mein gutes Denglish wieder. Ich habe mein Toolkit hier. Hands up! Get down und put your hands where I can see them! Well. Hands up! Denglish. Okay. You're good, don't worry. Talk to Entry Team. Great work, Entry Team. Drop your knees! Okay. Hands up now! Hands where I can see them! Hands up now! Put your hands where I can see them! Hands up now! Put your hands where I can see them! Talk reporting! Copy that Entry Team. We're notifying more again. Hands up! Drop your knees! I wanna see that weapon! Put the gun down now! Police! Hands up! We're here. Department of Entry Team. Get down and put your hands where I can see them! Wieso? Zum Teufel haben... ...Leute in der Gartenwestern eine Waffe. So verwirrend. Ich sehe nichts. Ops. Wo waren wir? Roger that. Continue with your mission. Okay, hier ist absolut gar nichts. Mep! Get down and show me your damn hands! Äh... War hier die Waffe noch... ...was? Yes. Contact is restrained. Collecting evidence. I got one weapon. You have the right to remain silent. Camlight out! Talk to Entry Team. Roger. Trailer's inbound. Rescue all civilians. Talk reporting. Roger Entry Team. Notifying them. Press P.J. please. Uuuhuuhu. Okay. I'm flashed. Mission is over. This is Talk. Objection failed. Ey! Oh! Das war doch so halbwegs erfolgreich. Trotzdem F. ganz okay. Und der Lefors. Civilian killed. F.I.R.S.U.K. Naja. Trotzdem ganz okay. Und Cupcake ist wieder raus. da würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder wenn wir die nächste map spielen bis zum nächsten mal tschüss